Schönen guten Abendauer Sitz und willkommen bei Glanz & Gloria. Der Bachelor Vujo Gavric ist auch bekannt dafür, dass er bei der Schweizer Damenwelt sehr gut ankommt. Neu findet er auch international. Beachtung, das dank seiner neuen Freundin. Und ich freue mich sehr, euch das neue Traum-Promi-Paar vorzustellen. Vujo Gavric zusammen mit Donatella Versace kam. Hallo. Ciao. Vujo, jetzt nehmen Sie es natürlich schon zu all den ersten Wunner. Wie konntest du Donatella lernen? Ich war an einer Modepresentation, und dann sah ich ihr inneren Kern. Und ihre mega grossen Rehaugen. Und dann hat jemand in meinem Körper etwas ausgelöst, und ihre Lippen blinkten. Boah. Ja. Und euren ersten Eindruck? Your first impression of Vujo Donatella? He is so beautiful. Almost like me. Even if he is a little bit too old for me. Und how did he win your heart? Wie konnte er euer Herz gewinnen? He is so romantico. He was organizing only for me a very beautiful Sonnenuntergang. A sunset, un tramonto. Wie redet ihr eigentlich miteinander, Vujo? Ja, ehrlich gesagt, die Sprache macht mich ein wenig nachdenklich, weil ich sie irgendwie mega nicht verstehe. Boah. Aber, äh... Ja, wie gesagt, aufs Optische schaue ich nicht, sondern ich schaue auf die inneren Werte. He is brilliant. He is teaching me the tedesco language. Ah, ja. Der Vujo lehrt der Donatella Versace Deutsch. Können wir vielleicht ein Müsse dabei haben? Can you give us an example in German, please? Okay. Gewisse etwas in inneren Kerne. Mega sweet, boah. Wenn ich so schön meine Sprache spreche, könnte ich die eine oder andere Tränen gissen. Ja, da verstehe ich offenbar zwei. Was hat er eigentlich für Zukunftspläne? What plans do you have for the future? I write a book. It's called Hello, Mr. Bachelor. I give tips for every woman to get a bachelor. Das ist furchtbar von Ihnen. Das ist meine Idee. Und Sie klauen einfach. Und Sie, Sie wollen überhaupt nicht mit mir über mein Buch reden. Und überhaupt diese Champagner ist immer noch viel zu warm. Who is she? Oh, my goodness. Her dress is so ugly. And you look so old. Auf Ihrem Niveau werde ich mich nicht hier runterlassen. Das ist mir zu primitiv. Wie ist Ihr Name? Nutella? Meinen Laden würden Sie nie kriegen. Sie könnten ja seine Mutter sein. Listen, you sound like una sirena de la policia. Und you look like a slut. Ladies, der Absinat. Der Himmel heult. Ich muss sie jetzt beide nach Hause schicken. Und wisst ihr was? Ich komme mit. Ich glaube mir, manchmal würde ich lieber die Arena moderieren.